Musik Auch geniessen, das ist das letzte Mal, nein das zweitletzte Mal, wo man ihn applaudieren kann als Sieger in der Schweiz, als Cross Country Fahrer, als Aktiver. Hier kommt der Sieger, dreifacher Sieger in Mutenz, Ralf Neff. Ralf Neff in den Farben des BMC Racing Team, kriegt hier das gelbe Winnershirt vom BMC Cup. Und er möchte noch, dass seine Jungs und seine Tochter auch rauf auf die Bühne kommen, dazu gibt es auch noch die Treppe. Und dann haben wir das Podest hier richtig schön gefüllt, alle kommen rauf aufs oberste Treppchen. Jetzt braucht es noch ein bisschen Hilfe. Und jetzt haben wir das Podest komplett, die besten drei am heutigen Tag. Gratulieren wir Lars Forster, Nikola Rohrbach und Ralf Neff als Sieger am heutigen Tag. Applaus Jungs und Ralf Neff Untertitelung des Ralf Neff Jungs und Ralf Neff Jungs und Ralf Neff Jungs und Ralf Neff Jungs und Ralf Neff Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.